Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part. Ja. Ich habe jetzt einfach mal die Kinder älter lassen. Oh nein, das wollen wir nicht. Und ja, hat sehr gut funktioniert. Und die Kinder müssen auch bald zur Schule, habe ich gesehen. Ja. So. Dann können wir das jetzt schon mal verkaufen, weil das brauchen wir nicht mehr. Kaufen für die etwas Kinderspielzeug. Weil die sollen sich ja wohlfühlen. Ich vergesse immer, wo die Bettens sind. Wir kriegen bis jetzt halt noch so ein Zimmer zu zweit. Ist nicht weiter tragisch. So. Und nicht wundern, unser Sim. Bei uns wurde eingebrochen. Deshalb wollen unsere Sim das hier. Einen Geist vom Einbrecher sehen. Make a friend. Ja, okay, das ist cool. Es steht hier sogar hier. Einbrecher. Einbrecher. Und während der Aufnahme habe ich einen Fehler gemacht in Sims. Da habe ich halt auch versehen einen Fehler gemacht. Ich gebe es zu. Mit ihr. Ich habe, ähm, ihr, wir wurden erwischt. Wir haben in Sims 4, äh, wir haben hier einen Straftat begann. Das wusste ich aber nicht, weil... Ja. Regen machen wir jetzt mal weg. Moment, haben wir nicht den Regen gemacht? Egal. Mal. So. Was gibt es denn hier zu tun? Man könnte ein bisschen hier drin aufräumen. Man könnte die Zeitung aufräumen. Gartenarbeit. Das kann man aufwischen. Weil das ergibt, ähm, das ergibt Unkraut. Haben wir das nicht? Nee. Da macht es, lasst es. Was wird die da eigentlich? Oh, und das sind Worte noch ein Buch schreiben. Hier hinten gibt es bestimmt auch noch was zu tun. Nein? Nö. Dessen kann man das Fenster waschen. Weil Fenster putzen ist auch wichtig. Und von innen bitte auch. Und von innen bitte auch. So. Da macht unser Sim jetzt mal dieses Buch. Und sie kann man ein bisschen lesen. Ach, dann nehme ich jetzt aber irgendwas auch nicht jetzt so wichtig. Buy a makeover station. Nein. Ja, das ist einfach. Jetzt können wir die Zeit auch etwas schneller machen. Heute ist niemand da. Es dürfte kein Unkraut mehr. Doch, wächst noch. Ja. Ja. Wo ist das zweite? Hey, da fehlt ein. Da. Ich bin gespannt. Ich habe vergessen, dass sich die Sims in Sims 2 über ihre Noten nicht freuen. So, dann macht Hausaufgaben. Ähm. Von Klopfen hast du noch nie was gehört, oder? Äh, hallo, hallo, hallo. Hallo, man kommt nicht einfach in ein Haus rein und macht dann den Fernseher an. Hallo. Nein. 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 Das tut man nicht. Das tut man nicht. Ja, beides sind nett und lernen. Von Hausaufgaben hast du noch nie was gehört, oder? Mach deine Hausaufgaben. Hör auf SimCity 14 und schauen. Und der Sim hat übrigens jetzt auch einen Job. Und zwar hier. Die haben eine 3. Die haben eine 3. Die ist nichts nutzt. Die kann gehen. Die hat gerade, ja. haus meckes kennt das kann man ruhig machen hier ist er sogar noch ich in müssen wir den anfang anrufen okay sim besser als in sims 4 ja den rufen wir bestimmt an nur zum reden so oh Oh He That bus Jetzt könnte er Glühwürmchen fangen Aber wir haben hier nirgends welche Lassen wir dem mal ein bisschen Spaß Haben Und bevor sie dann morgen wieder glücklich In die Schule gehen Ey ich sehe hier echt Keine Glühwürmchen Okay reicht jetzt Sleep Sleep Okay ich dachte das können wir vielleicht auch für irgendwas verwenden Du Gute Nacht Was war das? Was ist denn der bei der Arbeit? Ein Uhr So endet hier eigentlich die Straße Nichts Müssen hier mal ein bisschen Strom sparen Hm So, jetzt müssen wir warten. Was träumen die? Die können ja träumen. Selbst hier wurde es doch, glaube ich, entfernt. Elf bis... Echt jetzt? Wow. Naja. Schauen wir mal unser Buch weiter. Dann können wir auch gleich ins Bett. Was? Du willst kein Pool? Oh. Da können wir etwas schneller machen. Und da können wir... Der will keiner einbrechen. Ich träume ja auch. Ja klar, man träumt von Tomaten. Wer kennt's nicht? Träumt ihr noch irgendwas? Nö. Auf dein Buch zu schreiben? Geh ins Bett, weil es ist Schlafenszeit. Okay. 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 Das ist romantisch. Oh. Okay. Okay. So, dann nehmt ihr zwei jetzt mal eine Dusche. Okay, wir sind zu spät. Zwei Wolf, wie auch immer man das ausspricht, ja, das. Ihr zwei steht auch mal auf. Hä, ich dachte in elf. Warum dann in einer Stunde, hä? Play catch. Na okay, das ist cool. That's good. Das ist cool. 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 Weihnachten. Ja, Weihnachten ist schon. Das ist cool. 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 Das ist cool.